Audio to go präsentiert Wilder wird's nicht von Andreas Winkelmann und Markus Knüffgen. Es lesen die Autoren. Vorwort. Dieses Buch ist unter dem Eindruck der Corona-Pandemie entstanden. Es ist ein Gemeinschaftswerk meines Freundes Markus Knüffgen und mir, aber wir durften nicht zusammen daran arbeiten, jedenfalls nicht in einem Zimmer. Das Virus hielt Markus an der Ostsee fest und mich in der Mitte Niedersachsens. Und als wir so plötzlich und unvermittelt der Möglichkeit des Reisens beraubt waren, wurde uns noch einmal sehr deutlich und eindringlich bewusst, welche Freiheit wir sonst genießen. Die Freiheit des Reisens. Noch die entferntesten Orte unseres Planeten sind in kürzester Zeit zu erreichen, irgendwo hinzufliegen, zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Doch wir zahlen einen Preis dafür, der möglicherweise viel zu hoch ist. Wir alle lieben das Reisen und auch Markus und ich sind in den vergangenen Jahren weite Strecken mit dem Flieger unterwegs gewesen. Doch es setzt ein Umdenken ein. Und die Corona-Pandemie beschleunigt diesen Prozess noch einmal. Das Virus zwingt uns, innezuhalten und nachzudenken. Ressourcen sind begrenzt. Und auch die nachfolgenden Generationen möchten noch genauso angenehm auf der Erde leben wie wir. Das bedeutet nicht, zu Hause zu bleiben. Aber es kann bedeuten, für sich selbst das Reisen anders zu definieren. Wir wollen und können in diesem Hörbuch nicht auf all die vielfältigen Wünsche und Sehnsüchte eingehen, die wir Menschen in uns tragen, die uns rastlos und erlebnishungrig werden lassen. Aber wir wollen und können Vorschläge machen, wie sich viele dieser Wünsche und Sehnsüchte in einer nachhaltigen, schonenden Art und Weise verwirklichen lassen. Markus und ich sind immer auf der Suche nach einem Abenteuer. Das entspricht unserem Wesen. Und wir wissen, vielen anderen geht es ebenso. Abenteuer muss aber nicht bedeuten, teure Expeditionen zu organisieren, sich bis über beide Ohren für Ausrüstung zu verschulden und das Leben aufs Spiel zu setzen. Und man muss dafür auch kein Flugzeug besteigen. Die Welt ist voller schöner, atemberaubender, skurriler, interessanter und wilder Orte. Und manche davon liegen direkt vor unserer Haustür. Wir haben lange gesucht nach den letzten Abenteuern Europas und dieses Buch handelt von den Schwierigkeiten und den mitunter haarsträubenden Erlebnissen beim Suchen und Finden. Aber wir können euch versprechen, es gibt sie noch, die wirklich wilden Ecken, in denen normale Menschen wie du und ich Abenteuer erleben können, die uns bereichern und glücklich machen. Wir möchten euch einladen, uns auf unserer Suche zu folgen. Und wenn ihr mögt, tut es uns gleich. Vielleicht findet ihr, was wir gefunden haben. Unfassbar schöne Natur, die uns herausgefordert und an unsere Grenzen geführt hat, die uns Demut gelehrt und uns den reinen, ungefilterten Spaß an einem Leben unter freiem Himmel wiedergegeben hat. Nichts gegen einen Urlaub am Strand oder Relaxen unter Palmen. Das kann wunderschön sein. Aber draußen unterwegs zu sein, draußen zu schlafen, einen Lagerfeuer zu machen, Essen auf einem Gaskocher zu kochen, Grenzerfahrung durchzustehen, sich auf sich selbst zu verlassen und über sich selbst hinauszuwachsen. Das macht etwas mit dir. Das Leben justiert sich neu. Bedeutungen verschieben sich. Du erlebst Glücksmomente viel intensiver und nachhaltiger. Ja, gar kein Vergleich zu den kurzen Momenten nach einem Shoppingrausch. Und dann spürst du ein wildes, ungezwungenes, einzigartiges Leben in dir. Denn es steckt in jedem von uns. Wartet nur darauf, einmal ausbrechen zu dürfen. Lass es raus. Sei Mensch. Wilder wird's nicht. Markus und Andreas im Dezember 2020. Kapitel 1. Whiteout 1. Die Suche nach den letzten Abenteuern Europas hat uns in die Hölle geführt. Und die ist ganz anders, als ich sie mir immer vorgestellt habe. Zum einen liegt sie vor der Haustür. Zum anderen ist sie weiß und kalt. Und auch, wenn es kein erbaulicher Gedanke ist, im Fegefeuer zu verglühen, wünsche ich es mir in diesem Moment ein bisschen. Denn dann wäre mir wenigstens warm.